Wenn der Rücken schmerzt, die Schulter verspannt oder der Nacken steif ist, wird es Zeit für eine Veränderung. Etwas Entspannung kann hier Abhilfe schaffen. Immer öfters versprechen elektrische Massagegeräte den klassischen Masseur zu ersetzen. Somit sind auf dem Markt viele solcher Geräte zu finden. Aber können die Hersteller ihre Versprechen halten? Und lohnt sich ein teures Gerät oder reicht auch ein günstiges aus? Wir haben hier vier verschiedene Geräte verglichen. Geachtet haben wir auf Funktion, Verarbeitung und Zubehör bzw. Handling. Die von uns ausgewählten Massagegeräte sind für den Nacken, die Schultern und den Rücken gedacht. Alle vier bieten zudem eine Wärmefunktion. Nicht alle Produkte haben einen Akkubetrieb und einige müssen dauerhaft an der Steckdose hängen. Die vorgestellten Produkte sind von den Marken Manur 66,99 Euro, Munich Spring 172,40 Euro, Donnerberg 229 Euro und Invitalis 249 Euro. Die Preisspanne beträgt also in etwa stolze 182 Euro. Alle der Produkte sind für dich übersichtlich in der Videobeschreibung aufgelistet, wo du zusätzliche Informationen findest und sie mit schnellen Versandzeiten bestellen kannst. Schauen wir uns als erstes das Produkt von Manur an. Es ist das günstigste der vier Geräte. Es ist kein Akku verbaut, so dass es dauerhaft mit einem Netzteil betrieben werden muss. Die Massagefunktion ist in drei unterschiedlich intensive Stufen einstellbar. Zudem lässt sich die Wärmefunktion separat ein- oder ausschalten. Die Materialien sehen nicht sonderlich hochwertig aus, sind jedoch atmungsaktiv, aber nicht abnehmbar bzw. waschbar. Die Verarbeitung ist noch im akzeptablen Bereich. Insgesamt sind acht Massagepunkte verbaut. Mitgeliefert werden das Massagegerät, ein Netzteil sowie ein Benutzerhandbuch. Insgesamt ist das Produkt sehr schlicht und einfach verpackt. Über 100 Euro teurer kommt hier mit großem Abstand das zweite Gerät. Unter dem Markennamen Munich Spring bietet es den gleichen Komfort wie das günstige Modell. Auch dieses Massagegerät hat acht Massageköpfe. Zwei von diesen sind extra abgeflachte Jade-Steine. Die Jade-Steine sollen eine besonders beruhigende Wirkung auf den Körper auswirken. Die tatsächliche Wirkung dieser Steine ist jedoch umstritten, jedoch können sie besonders gut die Wärme halten. Ebenfalls bietet dieses Modell drei Massagestufen. Darüber hinaus kann jedoch noch die Funktion Tiefenwärme aktiviert werden. Zudem kann für etwas mehr Abwechslung die Rotationsrichtung geändert werden. Der Lieferumfang ist deutlich umfangreicher. Das Massagegerät, zwei waschbare Bezüge und Hygienetücher. Hinzu kommt noch die Stromversorgung für die Steckdose und mit passendem Autoadapter und die übliche Bedienungsanleitung. Wer das Gerät unterwegs nutzt, profitiert nicht nur vom 12-Volt-Adapter für das Auto, sondern auch von der praktischen Tragetasche, worin man alles verstauen kann. Besonders sticht noch hervor, dass auf das Produkt sieben Jahre Garantie ist. Wer sich also besonders lange am Gerät erfreuen möchte, hat hier vielleicht einen Treffer gelandet. Die deutsche Marke Donnerberg ordnet sich bereits über der 200-Euro-Marke ein. Das Gerät wärmt in zwei Stufen besonders schonend mit Infrarotlicht. Der Hersteller selbst wirbt besonders mit seinem 4D-Massageköpfen, welche tatsächlich angenehmer sind als die klassischen Kugeln. Das Gerät kann kabellos mit einem eingebauten Akku betrieben werden. Verbaut ist hierfür ein qualitativer Samsung-Akku, welcher 800 Ladezyklen schaffen soll. Falls das Gerät trotz dieser Versprechen nicht so lange hält, bietet Donnerberg ebenfalls sieben Jahre Garantie. Wie auch bei den anderen Geräten gibt es drei Stufen zur Regulierung der Intensität, sowie eine Möglichkeit zur Regelung der Temperatur. Was noch besonders aufgefallen ist, die drei waschbaren Polster sind sehr weich und angenehm zu tragen. Sie lassen sich sehr einfach mittels Zipper vollständig abnehmen und waschen. Insgesamt fällt bei diesem Produkt eine gute Verarbeitung mit einer wertigen Materialwahl auf. Neben dem Gerät mit Akku und den drei Polstern sind noch Hygienetücher, ein Ladekabel, womit sowohl zu Hause als auch von unterwegs im Auto geladen werden kann. Mit einem Gewicht von 1,9 Kilogramm ist das Produkt jedoch schon deutlich schwerer als die anderen. Mit stolzen 249 Euro bildet das Invitalis VitalMate Flexi preislich in unserer Auswahl die Spitzenklasse. Das Leichtgewicht ist immerhin 400 Gramm leichter als das Konkurrenzprodukt von Donnerberg. Gleichzeitig beeindruckt das Massagegerät durch seine sehr schmale und kompakte Form. Man hat das Gefühl, das Gerät liege an jedem Punkt genau richtig an. Wie gewohnt lassen sich auch hier die Massagestärken sowie die Richtung und die Temperatur in den bekannten Stufen steuern. Jedoch bietet dieses Gerät zwei große Nachteile. Zum einen ist kein Akku verbaut, was das Handling sehr kompliziert macht. Gleichzeitig ist das Fehlen des Akkus aber auch der Grund, warum das Gerät ebenso leicht ist. Jedoch kann man aufgrund dessen sich nicht überall mit dem Gerät entspannen, sondern ist auf eine Steckdose angewiesen. Hierzu wird neben dem Heimnetzteil noch zusätzlich ein Netzteil für die Autosteckdose mitgeliefert. Das Heimnetzteil ist immerhin drei Meter lang, so dass man ausreichend flexibel ist. Der zweite große Nachteil ist die Tatsache, dass keine Timerfunktion integriert ist. Während die anderen Geräte automatisch nach 15 oder 30 Minuten abschalten, läuft dieses im Dauerbetrieb. Eine Gefahr von Überhitzung droht trotzdem nicht, da das Produkt ebenso wie das von Donnerberg umfangreich vom TÜV geprüft wurde. Zudem ist es mit dem GS-Siegel betitelt, was das Produkt nochmals als besonders sicher betitelt. Leider wird keine Tragetasche mitgeliefert. Im Lieferumfang ist nur das Produkt selbst mit den beiden Netzteilen und einer üblichen Bedienungsanleitung. Zudem wird vom Hersteller nur zwei Jahre Garantie gegeben, auch wenn das Produkt gerade wegen des fehlenden Akkus deutlich länger halten sollte. Bei den hier vorgestellten Massagegeräten sollte für jeden etwas dabei sein. Das günstigste Produkt für 66,99 Euro konnte bereits alles bieten. Lediglich die Materialauswahl und deren Verarbeitung hätte hochwertiger ausfallen können. Das Gerät ist jedoch kabelgebunden und könnte auf Dauer unhygienisch werden, da die Bezüge nicht abnehmbar bzw. waschbar sind. Die goldene Mitte ist hier das Produkt von Munich Spring. Die Verarbeitung ist merklich besser, die Materialwahl ist ein wenig gewöhnungsbedürftig. Wer auf Jadesteine setzt, ist hier garantiert richtig. Zudem ist ein üffiges Zubehör mit an Bord. Die waschbaren Bezüge sorgen für mehr Hygiene, genauso wie die Hygienetücher. Die Tragetasche und der Autoadapter sind ein Zubehör, was sicher nützlich sein kann. Eine absolute Empfehlung für diejenigen, die bereit sind mehr auszugeben, ist das Produkt von Donnerberg. Es bietet kabelloses Handling, viel Zubehör und gute Verarbeitung. Ein guter Allrounder also. Deutlich schlechter kam jedoch das InVitalis Medflexi davon. Es punktet zwar mit einer guten Verarbeitung und einer nahezu perfekten Massage, hat jedoch kaum Zubehör und keinen Akku. Zudem ist es teurer als die Konkurrenz. Wer also nicht bereit ist, sich neben einer Steckdose zu entspannen, sollte hierauf verzichten. Welchen der Massagegeräte findest du am besten? Schreibe uns in die Kommentare, was du von den vorgestellten Modellen hältst. Bei Fragen stehen wir dir gerne in den Kommentaren zur Verfügung. Zur Entscheidungshilfe haben wir dir alle Modelle in der Videobeschreibung verlinkt. Dort kannst du dir deine Favoriten nochmals im Detail anschauen und mit günstigen Preisen und schnellen Versandzeiten bestellen. Schaue also jetzt mal nach und sag uns, welcher der Produkte dein Favorit ist. Wenn wir dir bei deiner Kaufentscheidung geholfen haben, lasse ein Like da und teile das Video mit deinen Freunden. Abonniere auch den Kanal, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Vielen Dank für euren Support.